Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Dienstag müssen wir uns auf eine ungemütliche Wetterlage einstellen. Der leicht böige Wind vom Montag bleibt uns auch weiterhin erhalten. Den ganzen Tag über wird es bei Tageshöchstwerten um die 7 Grad regnen. Ab Mittwoch wird es dann kälter. Das Quecksilber klettert nur noch bis auf 4 Grad. In den Tag starten wir mit Schnee oder Regenschauern. Am Donnerstag bewegen sich die Temperaturen dann nur noch um den Gefrierpunkt. Bei einem auffrischenden Wind beginnt der Tag mit Schneeschauern. Später reißt der Himmel auf und die Sonne lässt sich blicken. Der Freitag kommt dann grau und trübe daher. Die Maximalwerte liegen bei 0 Grad. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen.